gegen alles böse dass die hölle ruft jeden frevel den die menschheit hervorbringt gegen all dies entsenden wir nur dich reiße und zerfetze bis es vollbracht ist es kann sie nicht abwählen rückzug Jetzt! So ist er dumm auf! Übertrage von HZ-1556. Verluste gehen in die Milliarden. Lasst uns beten, Brüder. Bitte, dass er zusieht. Bitte, bitte, falls das jemand da draußen hört. Versuche das Signal des Höllenpriesters zu erfassen. Die Invasoren haben fast 60% unseres Planeten verzehrt. Das Signal des Höllenpriesters ist erfasst. Das Ziel ist markiert, aber nur für eine kurze Zeit. Denn er ist es, den sie fürchten. Nicht den Menschen oder seiner Abel. Sie fürchten das Zeichen der Bestie. Die Abolung! Ja! in dem sinne ein herzliches willkommen zu einem neuen projekt namens doom aber das geht auch schon los ein schönes blutiges abenteuer wird uns hier erwarten wir war schon mal ziemlich cool aus schön vermöbeln das ist doch mal ein schönes spiel jawoller ok schönes ding du ja hat was schön makaber so gefällt mir das so gucken wir hier so alles haben die mausempfindlichkeit ist vielleicht ein ganz kleines bisschen zu kross kann man hier vielleicht mal so ein bisschen hallo 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 ok so machen wir halt so machen wir halt so was haben wir hier schlapp er geht ja innen was was naja ok hallo Die haben ja volle Gesundheit. Rüstung wollte ich schon verwenden. Die haben wir jetzt hier. Waffenmordauswahl. Okay. Das ist ja doch mehr als gedacht. Coole Sache. So, wir drückt halten, okay. Ziemlich cool. Das ist geil. Ich will vermöbeln. Komm da her, komm da her. Na, komm da her. Komm auf hier. Oh, wie ich mich ja schon auf den Multiplayer freue, ne? Schönes Ding, du. Erstmal ganz normalen Singleplayer. Hab Bock auf die Kampagne in dem Spiel. Oh, sag mal, ja, okay. E-Hon Freude. Ich bin jetzt hier am Mumpel am Start. Das ist das geil. Kann man vielleicht was einsammeln. Jawohl. Ich will ein bisschen mit der Munition rauskommen hier. Ich will ein bisschen mit der Mumpel am Mumpel am Mumpel am Mumpel am Mumpel am Mumpel. Hier ist ein hoß. Oh, hier ist ein Je-Dude los. Je-Dude los. da kommt freude auf blaue fässchen ist also immer gesundheit demnach wird grün rüstung sein und orange ist die mumpelzeugposition alles klar gut zu wissen speicherpunkt erreicht nicht schlecht das ist auf jeden Fall ein ziemlich geiles spiel glaube ich ist jetzt mal im angebot gewesen und dachte ich mir jetzt schlägst du mal zu und fix meine runde doom an man nehme euch dabei mit und ja ich würde sagen für den allerersten eindruck sollte das reichen ich werde mal schauen wie lange ich die folgen machen werde das werde ich spontan und nach gefühl entscheiden erstmal hier noch so ein zombie vermöbeln so dauert es ja echt ein bisschen lange soll ich vielleicht erst betäuben und dann mal und ja wie gesagt ich mache das auf gefühl nachgefühl wie lange so eine folge wird also mal länger mal kürzer und in der nächsten folge werden wir sehen was in diesem gang passiert in dem sinne danke fürs zusehen und bis zum nächsten mal ciao